Wenn für ein Januar-Wochenende so fantastischer Sonnenschein angesagt ist, dann können wir gar nicht anders, als uns auf die Fahrräder zu setzen und loszuradeln. Winterliche Temperaturen hin oder her. Wir wollen von Weimar bis nach Leipzig fahren und irgendwo auf dem Weg unser Zelt aufschlagen. Wir ahnten noch nicht, dass die Nacht um einiges kälter werden sollte, als wir erwartet hatten. Wenn ihr wissen wollt, wie wir dieses Abenteuer überstanden haben und was für Entdeckungen wir auf der Strecke gemacht haben, dann bleibt jetzt dran und habt ganz viel Spaß bei unserer kleinen Winterrad-Tour. Das ist der langsamste Aufzug, in dem ich jemals war. So einen Glück haben wir es nicht eigentlich. Personen unter Führung, Ausgang sowie Bahnsteig 3, 4 und 5. Tür öffnet. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. Hi. Wir sind jetzt gerade eben mit dem Zug bis nach Weimar gefahren. Da hinten sieht man noch den Bahnhof von Weimar. Und morgen wollen wir dann mit unseren Rädern in Leipzig ankommen. Demnächst werden wir auf einer schönen Bahntrasse noch fahren, den Zuckerbahnradweg. Da sind wir schon gespannt, sind wir noch nie gefahren. Wir haben uns zwei Tage vorgenommen. Heute ist Samstag und morgen ist Sonntag. So viel Zeit haben wir. Und wir wissen aber noch nicht so richtig, wo wir heute übernachten werden. Ja, so viel soll ich schon mal verraten. Es war nicht so einfach, das zu planen. Deswegen haben wir jetzt unser Zelt mit. Und gucken mal, wo wir das heute Nacht dann aufschlagen. Ja. Da sind wir schon gespannt. Das südliche Sachsen-Anhalt ist leider nicht gerade gastronomisch bereichert. Also da gibt es einfach im Umkreis von 30 Kilometern nichts. Naja, wir werden sehen, wo es uns heute hinbringen. Die Sonne scheint, morgen soll sie auch scheinen. Wunderbares Radelwetter. Also nachts wird es ein bisschen kalter wie so ein gutgerüstet, denke ich. Also dann, wir machen uns jetzt los. Und wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Jetzt fahren wir erst mal durch Weimar. Weimar. Die Stadt der Dichter und Denker durchqueren wir ganz entspannt und steuern in Richtung Ilmthalradweg. Vorbei an Johann Wolfgang von Goethes Gartenhaus radeln wir durch den weitläufigen Ilmpark. Die ersten Kilometer Strecke kennen wir sehr gut. Doch schon bald wollen wir von den uns bekannten Pfaden abweichen und den Weg nach Jena einschlagen. Es ist viel wärmer, als wir gedacht hätten. Also es sind sieben Grad plus. Also hätten wir nie gedacht, dass es heute so schön wird und sonnig. Ja, dementsprechend sind wir ein bisschen zu warm angezogen. Aber naja, besser als andersrum auf jeden Fall. Definitiv. Also ich bin richtig happy jetzt gerade über das Wetter hier. Jetzt sind wir die ersten acht Kilometer schon gefahren auf uns bekannten Wegen. Den Ilmthalradweg haben wir auch soeben hinter uns gelassen. Und jetzt geht es direkt Richtung Jena weiter. Und da freuen wir uns schon auf die Kernberge und sind gespannt, was der Weg so mit sich bringt. Ja, sind wir ja noch nie gefahren bisher. Also gucken wir mal, wie es nicht da verratelt. Ist bestimmt schön. Gut, dann weiter. Die Strecke von Weimar nach Jena ist mit Radwegweisern gut beschildert. Ein kurzer Teil der Route führt leider über eine etwas größere Landstraße ohne Radweg. Weiter geht es über einen Bahnübergang und entlang von Dörfern. Hinter Großschwabhausen beginnt ein herrlicher Streckenabschnitt auf festen Waldbooten inmitten der Natur. Wir fahren hier sogar in ein richtiges Tal hinein. Dabei fällt die Strecke in dieser Richtung leicht ab, sodass wir schnell durch die kalte Talsohle sausen. Neben einer Landstraße geht es ein kurzes Stück weiter bis zum Ortseingang von Jena. Warum hört der Radweg einfach aus? Mit Blick auf den charakteristischen Jentower fahren wir in das Zentrum der zweitgrößten Stadt Thüringens hinein. Der Jentower ragt mit einer Größe von 145 Metern über die Stadt und wird von Besucherinnen und Besuchern als Aussichtspunkt geschätzt. Einen Blick über Jena oder eine Besichtigung der Stadtkirche St. Michael verschieben wir heute trotz des schönen Sonnenscheins auf ein anderes Mal. Hier in Jena treffen wir auf die Saale und wollen nun für die nächsten Kilometer auf dem Saale-Radweg entlangradeln. Linker Hand fließt die Saale, während auf der rechten Seite der Höhenzug namens Hufeisen thront. Ein Gebiet, das uns schon von der Ferne zum Wandern gehen einlädt. Wir sind jetzt an der Saale angekommen, sind gerade durch Jena durchgefahren. Und ja, so richtig viel haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Ist ja mit den Fahrrädern auch immer ein bisschen schwierig. Es war auf jeden Fall einiges los in der Stadt. Wir sind jetzt hier auf dem Saale-Radweg, fahren jetzt bis nach Kamburg. Es ist immer noch schön sonnig, aber auch sehr windig. Also wir sind doch ganz froh, dass wir uns so gut warm angezogen haben und dass wir auch die dicken Handschuhe dabei haben. Ja, aber insgesamt herrliches Radlwetter. Sehen auch viele andere Menschen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Und ja, wirklich schön gerade. Eine landschaftlich reizvolle und sehr ruhig gelegene Radstrecke erwartet uns hier. Schon aus weiter Ferne erblicken wir die eindrucksvolle Kulisse der Dornburger Schlösser. Hoch oben auf den Muschelkalkfelsen über der Saale. Das Ensemble aus Altem Schloss, Renaissance Schloss und Rokokoschloss zeugt von unterschiedlichen Epochen der Geschichte. Die Herzöge von Sachsen-Weimar Eisenach residierten im Sommer im Rokokoschloss. Und Johann Wolfgang von Goethe verweilte und dichtete im Renaissance Schlösschen und seinen Parkanlagen. Das Ensemble aus Altem Schloss und Rokokoschloss. So, über diese Brücke wird es jetzt weiter auf den Saale-Radweg gehen Richtung Naumburg. Das machen wir heute aber nicht. Wir fahren jetzt hier an dieser Stelle ab vom Saale-Radweg. Ein bisschen jetzt erstmal über eine Straße und dann auf den nächsten Radweg, auf den wir fahren wollen, nämlich auf den Zuckerbahnradweg. Das ist eine Bahntrasse, die wir heute zum ersten Mal fahren wollen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir sind gespannt, was uns da wartet auf den Zuckerbahnradweg. Hier mitten am Fahrradweg an den schönen Schönenberg. Hier haben wir eine Höhle entdeckt und die ist riesig groß. Und hier der Blick auf die Saale. Richtig schön. Und nebenbei haben wir noch Beschallungen von irgendeinem Dorffest. Das ist richtig laut, aber auf dem Video hört man es wahrscheinlich nicht. Guck mal hier rein. So, hier geht es noch ein Stück rein, tatsächlich. Also, wenn wir jetzt schon eine Bofe bräuchten, hier hätte man sich gut hinlegen können. Ja, wirklich. Könnte man perfekt übernachten. Richtig, also hinten ist tatsächlich noch, da gibt es ein richtig kleiner Schacht noch. Oh, krass. Für mich wäre das nicht so eine Höhlenerkundung. Auch wenn du gerade aussiehst wie so ein Höhlenforscher. Ja, wegen der Kopflamme. Ja, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man das hier so findet einfach. Muss man aber vom Saale-Radweg abfahren, sonst findet man das nicht. Nee. Ist froh. Gut, gehen wir mal zurück zu den Fahrrädern. Nicht, dass sie dann weg sind. Ja, auch blöd. Müssten wir wirklich hier in der Höhle bleiben. Das Problem wäre bloß, die Räder da irgendwie hochzukriegen. Nee, wenn die Fahrräder weg wären, müssten wir in der Höhle bleiben. Ja, ich meine auch, wenn wir in der Höhle übernachten würden. Ach so, wenn wir übernachten würden, das wäre schwierig. Selbst wenn man alles Gepäck abmacht. Okay. Na dann, fahren wir mal weiter. Das sieht noch schön aus, das Stück hier. Ja, herrlich. Und wir haben noch Sonne. Ist auch toll. Die weitläufige Höhle stammt wohl schon aus der Jungsteinzeit und trägt die Bezeichnung Klausloch. Im Mittelalter war sie von einem Einsiedler bewohnt, der in der Klause lebte und betete. Und schon befinden wir uns am nächsten Schild. Wir sind jetzt wirklich dieses herrliche Stück da entlang der Felsen gefahren. Und hier ist jetzt Zeitsausgeschildert. Das wird aber erst für morgen ein Ziel von uns sein. Man könnte es sicherlich auch heute noch schaffen. Aber ja, wir wollen ja nicht, wir wollen jetzt nicht unbedingt hier noch aufs Tempo drücken. Und da unten sehen wir jetzt das erste Mal das Symbol für den Zuckerradweg. Wird jetzt auch noch ein Stück hier wieder lang gehen. Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, wie Anne schon gesagt hat, erst mal ein Stück Straße, bevor wir dann auf die eigentliche Bahntrasse kommen. Ich glaube, bei Grauschwitz geht die Bahntrasse los, also um vier Kilometer. So, hier lag gerade ein kleines, totes Vögelchen. Und Anne sucht jetzt gerade eine Stelle, wo man das Vögelchen hinlegen kann. Wo es die letzte Ruhe finden kann. Weil hier auf der Straße wird es wahrscheinlich einfach demnächst dann plattgefahren von den Autos. Da können wir immer nicht dran vorbeifahren. Aber es ist ja auch völlig richtig, wenn man die Tiere wenigstens noch einigermaßen vom Boden hochheben kann. Dass man die vielleicht einfach von der Straße runternimmt und irgendwo hinlegt, wo niemand drüberfahren kann. Das ist ja auch ganz schön. Die Tour hat jetzt ein abruptes Ende. Aber aus einem positiven Grund, weil hinter uns dieses Waldstück, das war jetzt irgendwie sehr schnuckelig. Wir haben uns da irgendwie sehr wohl gefühlt. Und deswegen werden wir einfach da dann nachher unser Zelt aufschlagen. Wir werden jetzt gar nicht erst weiterfahren. Und da hoffen wir, dass vielleicht noch was Besseres kommt, sondern einfach diese Gegebenheit jetzt nutzen. Ja, denn wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn man eine schöne Stelle findet, dass man die dann auch nutzen sollte. Und nicht irgendwie, ja, es kommt schon noch was und es kommt schon noch was. Und dann kommt eben nichts mehr. Und da jetzt die Sonne auch wirklich langsam, aber kontinuierlich untergeht. Und wir jetzt einfach noch über dieses wirklich schöne Feld hier schauen mit dem Sonnenuntergang. Dachten wir, warum wir jetzt weiterfahren und das jetzt nicht sehen. Und morgen haben wir dann wirklich genügend Zeit für die restlichen 80 Kilometer. So sind es glaube ich noch durch flaches Gelände. Genau, und da starten wir dann auch morgen früh gleich und haben den ganzen Tag vor uns auf dem Weg nach Leipzig. Schauen wir uns dann also morgen die Zuckerbahn an. Morgen geht es dann richtig los. Dann fahren wir wenigstens die Bahntrasse auch an ein Stück. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Stimmt. Und jetzt bereiten wir uns auf eine kalte Nacht vor. Es soll bis minus ein Grad werden. Mal sehen. Wir sind aber gut ausgerüstet. Na, wir haben dicke Luftmatratzen, dicke Schlafsäcke und noch eine Decke extra. Ja, und was haben wir noch? So ein kleines Ding, wo man sich die Finger werben kann. Das auch. Das kann sie sich an die Füße legen. Ja, wir haben jetzt auch den Kocher nicht mit. Also wir werden jetzt einfach von dem noch zerren, was wir jetzt mithaben. Ja, ansonsten war eigentlich bisher ganz schön heute. Sehr, sehr schön, ja. Ab und zu mal ein bisschen Kopfsteinpflaster und so. Das wäre das einzige, worüber man sich tatsächlich beschweren könnte, wenn man es wollte. Ansonsten, ja, kann man das wirklich sehr empfehlen. Schöne Strecke. Und heute super Radlwetter bei uns. Ja, wirklich. Also das war jetzt schon wie ein Frühlingsanfang fast. Ja. Morgen geht es dann weiter bei hoffentlich genauso gutem Wetter. Ja. Sehen wir uns morgen. Sehen wir uns morgen. Ciao, ciao. So, eine kramt noch etwas im Zelt herum. Das ist... Sieht man sie? Hallo. Alles eingefroren, das ganze Zelt. Ja. Das misstert richtig, das Zelt. Hier stehen unsere Räder. Und auch hier sieht man schön das glitzern der Eiskristalle. Die GoPro, die ich heute nach draußen stehen hatte, sieht so aus. Ansonsten sind ja noch irgendwelche komischen Geräusche draußen. Da oben scheint noch der Mond. Es ist jetzt eigentlich gleich schon um sieben. Aber es ist, ja, minus drei Grad jetzt doch. Also Wetterbrich lag ein bisschen daneben. Es ist kälter geworden. Naja. Wir werden es jetzt überleben. Und jetzt erstmal alles rauspacken. Und das Zelt abräumen. Es kostete uns einiges an Willenskraft. An diesem eisigen Morgen unsere warmen Schlafsäcke zu verlassen. Um kurz nach sieben, noch bei Mondlicht, raffen wir uns auf und beginnen, unsere Ausrüstung zusammenzupacken. Jetzt gehen natürlich die Herren ja doch schon raus. Na, bist du bereit? Tja, mein Käppi noch nicht so. Es klappt immer wieder runter. Aber ich brauche bald mal ein neues. Ja, äh, sind wir bereit? Ich denke schon. So, drüben geht die Sonne auf. Und da freuen wir uns jetzt drauf, damit es dann nicht mehr minus vier Grad sind, sondern ganz schnell wieder Plusgrade sind. Ja, also die Nacht war ganz gut. Ich habe zwar jetzt nicht so viel geschlafen, glaube ich, aber das ist eigentlich oft so bei mir im Zelt. Ich liege dann einfach meistens immer da. Und, ähm, dann war es auf einmal schon 6.40 Uhr und man dachte mir, jetzt wäre es mal Zeit aufzustehen. War auf jeden Fall mal was anderes. So, also wir hatten ja schon ein paar kalte Nächte im Zelt, aber das war heute noch mal ein bisschen extremer. Vor allem, weil wir jetzt auch Wildcampen waren. Ansonsten sind wir auf dem Campingplatz. Da kann man sich ja dann irgendwo vielleicht mal noch notfalls aufwärmen. Vor allem früh dann, wenn man auf die Toilette geht. Das geht hier nicht. Jetzt hilft nur, wieder in die Pedale zu treten und sich warm zu strammeln. Das machen wir jetzt. Aber wir haben es überstanden. Und da können wir stolz auf uns sein. Stimmt's? Total. Ein bisschen. Komm. Das hat schon noch nie gemacht. Ja, wir haben es noch nie gemacht, deswegen. Und, äh, jetzt können wir es auch erzählen, weil jetzt halten uns die Leute vielleicht nicht mehr für ganz so verrückt. Oh nein, echt. Also, wir sind ja hier auf einer forstwirtschaftlichen Straße oder landwirtschaftlich, was auch immer. Jedenfalls, da dürfen wir keine Privat-Pkw langfahren. Deswegen haben wir uns das ja hier auch als Standort für unsere Übernachtung ausgesucht. Und das war jetzt auch das erste Auto, was uns hier entgehen kam. Und wir haben uns schon gefragt, was macht der hier? Jetzt ist der hier echt ein Stück vorgefahren. Jetzt erst an unserer Weide, ein Stück weiter. Da ging von alleine der Kofferraum auf. Da ist ein Hund rausgesprungen. Und dann einfach ein paar Meter neben dem Auto mit hergelaufen. Und jetzt kam hier wieder. Jetzt ist der Hund wieder reingesprungen hinten und er fährt weiter. Hab ich auch so noch nicht gesehen. Sehr interessant. Er selber saß im T-Shirt und sein warmen Auto. Ja, ähm, Gassi gehen für Faule sozusagen. Krass, jetzt kommt er uns gleich wieder entgegen. War ein sehr kurzer Ausflug jetzt für den Armen rund. Mond, Sonne. Ich bin zwischen Mond und Sonne. Und wir hatten heute wirklich Vollmond anscheinend. Es war auch richtig hell dann auf einmal nachts. Aber ist das Vollmond? Nicht ganz. Ist es nicht. Vielleicht nicht ganz, ne. In diesen Augenblicken sind wir trotz kalter Finger und festgefrorener Zehen überglücklich, so eine fantastische Morgenstimmung mitzuerleben. Der Himmel leuchtet in den unterschiedlichsten Pastelltönen. Und die aufgehende goldene Sonne verspricht uns erneut einen herrlichen Tag auf dem Fahrrad. Das haben wir nur für herrliches Wetter erwischt. Ein Traum. Ja, da lohnt sich das Frieren. Aber so eine tolle Stimmung gerade. Das hat man nur im Winter auf so einer Radtour. Aber wenn hier so richtig der Frostnebel dann kommt. Das ist so herrlich gerade ertrieben. Vor allem am frühen Morgen. Ja. Also Leute, es ist echt alles andere als gemütlich. Alles andere als angenehm vielleicht. Und es war wirklich eine Qual heute aus diesem Zelt raus zu gehen. Aber für diese Anblicke lohnt es sich wirklich einfach. Muss man so sagen. Das sieht doch jetzt noch am Beginn des Zuckerbahnradweges aus. Wir sind gespannt. Besser kann man aber nicht starten auf dem Radweg, auf der Bahntrasse. Bei Grauschwitz stoßen wir nun auf die ehemalige Bahntrasse der Zuckerbahn. Der Bahnradweg führt anfangs durch ein kleines Waldstück und dann etwas abgesenkt zwischen zwei Erdwellen. Hier erreicht unser Thermometer seinen Tiefpunkt von minus 6 Grad. Zuckerbahn. Oh. Die kleine Zuckerbahn, die ist sogar eingezuckert. Juhu. Ja, nötig. Die Bahnstrecke zwischen Kamburg und Zeitz wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Zeitalter der Eisenbahn geplant und schließlich 1897 eröffnet. Neben dem Personenverkehr wurde die Verbindung für den Gütertransport genutzt. Hauptsächlich Kohle und Zuckerrüben wurden damals auf der Schiene befördert. Eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangte sie allerdings nie. Ein Teil der Gleise musste bereits nach dem Ersten Weltkrieg als Reparationszahlung abgebaut werden. Viele Streckenabschnitte wurden im Laufe des vergangenen Jahrhunderts stillgelegt und schließlich wurde der Betrieb im Jahr 2000 komplett eingestellt. Nachdem die letzten Züge verschwunden waren und die Bahntrasse verwaiste, formierte sich ein Förderverein, der die Errichtung eines Bahntrassenradwegs im Sinn hatte. Im Jahr 2019 konnte der Zuckerbahnradweg vollendet und eröffnet werden. Er verbindet auf einer Länge von 37 Kilometern bei gemächtlichen Steigungen den Saale-Radweg mit dem Elsterradweg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also wenn man im Winter eine Fahrradtour macht, auch noch mit Übernachtung und es friert, hat man nicht nur das Problem der kalten Finger und Füße, sondern auch das Problem der eingefrorenen Wasserflaschen. Und dann sieht das dann hier bei mir gerade so aus. Man denkt, es ist eigentlich noch flüssig, aber es ist eigentlich zum Großteil schon gefroren. Und ja, also können wir ja froh sein, dass überhaupt noch ein bisschen was übrig ist. Eine Flasche hatten wir mit dem Zelt, die ist nicht eingefroren. Ja, dementsprechend haben wir jetzt gerade ein bisschen zu wenig Wasser. Die Sonne muss das jetzt hier schnell wieder auftauen und es ist natürlich kalt, ne? Also wenn man keine Thermosflaschen dabei hat, sondern nur solche normalen Plastikflaschen, ist es eiskalt das Wasser. Wir stehen ja jetzt schon eine Weile in der Sonne hier. Ich denke, langsam wird es wieder auftauen. Wir hatten langsam auch tatsächlich wieder Plusgrade. Oder was sagt es, Garmin? Zwei Grad jetzt hier in der Sonne. Zwei Grad und es sollen heute bis zu zehn Grad werden. Ja, das ist noch schön. Das ist ein ganz schöner Wechsel. Also wir hatten vorhin wirklich mal minus sechs Grad kurz auf der Strecke in so einem kleinen Tal, mehr oder weniger im Wald. Und jetzt sind wir schon bei zwei Grad und es steigt bis zehn. Das ist schon krass. Der Radweg ist breit, die Fahrbahnoberfläche wunderbar eben. Alte Bahnhofsgebäude und neu gestaltete Rastplätze sorgen für Abwechslung. Einziger Wermutstropfen sind die häufigen Barrieren, die meist nur einen sehr engen Durchgang freilassen. Wer mit Lastenrad, Anhänger oder anderen breiteren Fahrrädern unterwegs ist, kommt hier sicherlich in Schwierigkeiten. Die irgendwas ist immer sehr engen Dank. Und wir pretend that we can fly Und wir pretend that we can fly Das Schloss Moritzburg ist das bekannteste Aushängeschild von Zeitz, welches im 17. Jahrhundert in seiner heutigen Form als Barockschloss entstand Neben dem Dom St. Peter und Paul, welcher direkt an dem Gebäude anliegt, befinden sich im Schloss mehrere Museen und Ausstellungen Unter anderem kann hier das Deutsche Kinderwagenmuseum besucht werden Zeit für die erste Pause, also die erste richtige jetzt Wir sitzen jetzt hier kurz hinter Zeitz auf der Wiese, haben die Decke ausgebreitet und werden jetzt endlich mal was essen Endlich mal frühstücken Ja, seit gestern tragen wir ja schon die Brötchen mit, total schwerer Ballast natürlich, aber nimmt viel Platz weg Und das ist es ja mittlerweile auch schon fast 12 Uhr, wird es halt mal jetzt wirklich was zu essen Aber jetzt ist es gerade auch wirklich schön warm hier Haben uns das kurz mal, was wir ja beim letzten Mal, als wir in Zeitz waren, nicht gemacht haben, das Schloss angeschaut Ja, nettes Schlösschen, so relativ schnörkellos Und es gibt ein Kinderwagenmuseum, haben wir uns jetzt auch nicht angeguckt Mit Rädern immer Mit Fahrrädern Ja, aber wir haben mal einen kurzen Blick drauf geworfen Ja, ansonsten haben wir uns jetzt nichts von Zeitz angeschaut Ich glaube, so sehr viel mehr kann man sich in Zeitz auch gar nicht mehr anschauen Es gibt noch das eine oder andere Museum Ansonsten der Zuckerbahnradweg ist ja auch dann jetzt so zu Ende gegangen Ja War auf jeden Fall ein schöner Radweg Das einzig nervige waren diese, ich sag mal, Schikanen immer für die Radfahrerinnen Das, wo man immer halt diese schlängelinien drum fahren muss, bleibt noch ab und zu mal ein bisschen hängen Ja Wir finden die eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, weil die Aufmerksamkeit dann eben darin liegt, diese Dinger zu umfahren Und dann achtet man gar nicht mehr so auf die Straße Also da einfach zwei Poller hinzustellen und vielleicht noch ein Spiegel und vielleicht ein kleines Warntreieck oder sowas Das wäre ja sinnvoller Ja, aber ansonsten war der Radweg wirklich sehr schön Landschaftlich ja, jetzt auch unaufgeregt Aber dadurch, dass wir heute diese schöne Winteratmosphäre hatten, die jetzt ja komplett flöten gegangen ist jetzt hier auf den letzten Kilometern Das war schon toll auf jeden Fall, die Einsamkeit dort auch Ja Gut, jetzt essen wir erstmal was, weil ich hab langsam Oma Ich auch Dann geht's weiter Auf bekannten Wegen dann erstmal, muss man sagen Ja, jetzt fahren wir erstmal den Elsterradweg ein Stück weiter Und dann den Pleiseradweg Und dann fahren wir durch den Auwald, mal ein bisschen anders nach Leipzig rein Also, noch nicht abschalten, das wird nicht alles gleich sein wie am Elsterradweg Wir befinden uns jetzt also auf dem Elsterradweg Den Abschnitt bis Leipzig sind wir bereits im letzten Sommer gefahren Den ganzen Radweg von der Quelle bis zur Mündung haben wir in unseren Test- als auch Erlebnisbericht-Videos ausführlich vorgestellt Zwischen Profen und Gatzen, an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen, machen wir Halt an einem Wildgehege Vom Zaun aus beobachten wir heimisches Dammwild, Sika-Wild aus Asien und das Muffelwild, welches Ähnlichkeiten zum Schaf besitzt Die Tiere scheinen das wunderbare Wetter genauso zu genießen wie wir Den Elsterradweg lassen wir jetzt hinter uns Letztes Mal sind wir hier weiter entlang gefahren, Richtung Pegau Heute fahren wir aber erstmal Richtung Kreuzsch Dann fahren wir auf die Leipziger Neuseelandroute Und dann geht es auf den Pleiseradweg Und der führt ja quasi durch das Leipziger Neuseelandgebiet vom Süden heran Dann direkt ins Zentrum von Leipzig Also mal eine etwas andere Variante Ja, die Pleise ist ja eigentlich der Fluss von Leipzig Auch wenn die Elster auch da durchfließt Aber eigentlich kennt man Leipzig ja eher als Pleisestadt Genau, und das ist auf jeden Fall ein kleiner schlucklicher Radweg Wir fahren jetzt dort lang Und lassen uns mal noch überraschen, was heute noch so passiert Wahrscheinlich nicht allzu viel Ja doch, vielleicht gucken wir nochmal auf den einen oder anderen See oder so Mal sehen Wir durchqueren Kreuzsch und biegen auf eine weitere ehemalige Bahntrasse in Richtung Zwengauer ab Früher fuhren hier Züge zwischen dem sächsischen Gaschwitz und dem thüringischen Meuselwitz Die Bahntrasse ist Teil der Leipziger Neuseelandroute Auf über 100 Kilometer können hier die neu entstandenen Seen im Leipziger Süden besucht Und noch aktive Tagebaufelder besichtigt werden Jedes Jahr finden hier und in Leipzig selbst die Neuseelandroute statt Ein Radrennen mit verschiedenen Strecken-Distanzen und über 1000 Teilnehmenden Wir erreichen Zwengau und den gleichnamigen See, welcher der jüngste der neu gefluteten Seen ist Der See kann zu Fuß aber auch mit dem Rad umrundet werden Wobei nicht der gesamte Weg asphaltiert ist Bei Gaschwitz fahren wir über die A38 und wechseln auf den Pleiseradweg Die Radroute führt auf etwa 110 Kilometern von Ebersbrunn im Zwickauer Land bis nach Leipzig, wo der Fluss in die Elster mündet Die Quelle liegt in lichten Tanne Der gesamte Radweg ist zwar nicht ideal ausgebaut und stellenweise schlecht ausgeschildert Aber hier in Leipzig lässt es sich auf den manchmal etwas engen Wegen gut strampeln Vor allem das Stück durch den Auwald ist sehr idyllisch Auch wenn heute zum Sonntag natürlich eine Menge Menschen unterwegs sind Wieder zurück auf dem Elsterradweg fahren wir in Richtung Johanna Park Fun Fact Eine der beiden beliebten Holzbrücken des Parks Erlangte Bekanntheit als Hintergrundbild in der deutschen Windows 7 Version Wir begeben uns auf dem Weg zum Hauptbahnhof Den wir über den neuen grünen Radstreifen auf dem Leipziger Innenstadtring erreichen Er ist Symbol für die bevorstehende Verkehrswende in Leipzig In deren Zuge der Radverkehr der Stadt gestärkt werden soll Auf den letzten Metern fällt uns auf, dass wir in den vergangenen zwei Tagen gar kein Geld ausgegeben hatten Das finden wir am Radfahren so besonders Es bringt nicht nur jede Menge Spaß und fördert die Gesundheit Sondern ist auch mit niedrigem Budget richtig gut vereinbar Wir sind in Leipzig angekommen Wir stehen jetzt hier vor dem Hauptbahnhof Die letzten Kilometer sind wir jetzt noch über den Pleißeradweg gefahren Und durch den Auwald, das war eine sehr schöne Strecke Und ja, am Ende hat man auch echt gemerkt, dass wir jetzt in Leipzig sind Und ja, dass Sonntagnachmittag ist, schönes Wetter Denn es waren wirklich viele Menschen draußen unterwegs Dementsprechend mussten wir uns ein bisschen durchschlängeln Ja, und alles in allem sind wir jetzt auch gut kaputt Nach den ungefähr 80 Kilometern, die wir heute gefahren sind Ja, freuen uns, dass wir jetzt unser Ziel erreicht haben Es ist aber irgendwie unvorstellbar, dass wir heute früh wann um sieben oder so Da erst mal das Zelt verlassen haben Bei minus sechs, minus fünf Grad so in der Drehe Und jetzt sind wir hier den restlichen Tag bei zehn Grad plus gefahren Bei herrlichen Sonnenschein Ja, hätte man gar nicht gedacht, dass es so kommt Was war dein Highlight heute? Ab was mein Highlight war Ja, kann ich eigentlich gar nicht sagen Eigentlich diese schöne Szenerie heute Diese schöne frostige Szenerie mit den Sonnenaufgängen Einfach mit den tollen Farben, die es da gab Also, ja, der fast verlassene Zuckerbahnradweg Hat sich mal gelohnt, den zu fahren Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal in nächster Zeit fahren würde Aber es ist ja einer der wenigen in Sachsen-Anhalt Deswegen, derjenigen, die dort mal unterwegs sein wollen Kann man definitiv empfehlen Es ist einer der besseren Radwege in Sachsen-Anhalt Und was ich noch richtig schön fand, war, dass wir so viele Tiere heute gesehen haben Ja, das stimmt Also, Wildtiere und auch welche in Käfigen Also, was heißt Käfigen? Also, irgendwelchen Wildgehegen oder, ja Oder so einfach auf dem Radweg Bar Katzen und so Was man alles so gesehen hat Ja, das war auch schön Falls ihr die Tour nachfahren wollt Dann haben wir wie immer in der Infobox den Link zur Komod-Tour Ja Ja, könnt ihr gerne dann nachfahren Ja, schreibt es uns gerne auch mal in die Kommentare Wenn ihr schon Stücke des Weges gefahren seid Oder wenn ihr die Tour irgendwie schon kennt Ja, auch sonst freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback Über eure Meinung Und, ja Gebt uns sehr gerne auch einen Daumen nach oben Wenn euch unser Video gefallen hat Ja, und gerne könnt ihr uns auch abonnieren Falls ihr das noch nicht gemacht habt Wir sehen uns dann im nächsten Video Und vielleicht fahren wir auch diesen Winter nochmal Mal sehen, ja, bestimmt Nächste Woche geht es wieder nach Süditalien Und zwar nach Matera Das wird auch richtig spannend Das war eigentlich unser Highlight des Süditalien Urlaubs Ja Und dann eine Woche danach Sehen wir uns dann wieder auf zwei Rädern sicherlich Ja Macht's gut Macht's gut Genießt den Winter Tschüss Ciao 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 Ciao